Ja, sich nicht in die Schlage geben wollte, Andreas Schnürbe, zu einer vielen Versteckung im Haus. Ja, vorderte, das war ein ganz spannender Licht, aber es war eigentlich ein Riesenspreis. Jetzt kommt er im großen Preis. In der Tür bringt er nur mit dem Applaus für Luca Maria Rometa aus Italien. Ja, das ist noch heute angesagt. Ja, das ist noch heute. 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 Ja, das ist noch heute.